Das ist gut, ja, wir machen es wieder, oder? Ja, wir sind ein bisschen. Musik 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 ist ein großer Milestone in der Implementation von der Somalia-led, Somalia-conceived und Somalia-controlled Transition Plan. Und es folgt die letzte Auguste transfer von die Sicherheits-Responsabilität der Mogadishu-Stadien zu den Somali-Autoriten. Aber über alles, es ist auch ein klarer Testament zu den Verbundenen von Amisum und die Regierung von Somalia-Federn in die wichtigste Herausforderungen unter der Security Council Resolution 2431-2018, als Amisum weiterentwickelt werden, und der finalen Exit von Somalia. Es war von dieser gleichen Basis, die Amisum-Truppe, mit der Unterstützung der Somalia-Federn, gallantly liberated another national institution, Gash Shandika, which in turn led to the securing of one of Mogadishu's iconic markets, the Bakara Market, that consequently contributed to Al-Shabaab's defeat and withdrawal from Mogadishu. 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 Je möchte das jetzt nicht mehr sagen. Wir wollen uns keine Anfragen mehr. Wir wollen uns die Anfragen mehr im Sinne von dem Plan. Und wir wollen uns zu verändern. Wir wollen uns zu übernehmen. Wir wollen uns zu übernehmen. Die Handlung des zweiten High Profile Locations in Mogadishu bodes well for the continued implementation of the transition plan throughout 2019 and beyond. Allow me to reiterate the commitment of ANSOM and ANSOS to support the federal government of Somalia and AMISOM during the next stages of the transition process. In the next stages of the transition plan, the transition plan, the transition plan, the transition plan and the transition plan.